Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute soll es nun um eine mögliche Lösung der Aufgabe aus der letzten Woche gehen und zwar ging es da um die Funktion zur Münzauswertung und heute möchte ich mal eine mögliche Lösung vorstellen. Gut, gehen wir direkt mal in die Formierumgebung und zwar hatten wir dort eine Funktion deklariert. Die Funktion soll Eingabe heißen, bekommt zwei Parameter übergeben, einmal einen Character. In diesem Character wird der Münzschacht angegeben. Wir haben ja acht verschiedene Münzen zur Verfügung, das heißt da reicht ein Byte und somit ein Character und die zweite Variable wird dann in einer Integer-Variable übergeben. Das ist dann der entsprechende Wert der Münze. Hier hätten wir auch einen Character nehmen können, aber ja bleiben wir mal bei diesem Integer-Wert. Okay, was soll diese Funktion machen? Also in dem Main-Programm wird letztendlich der Port abgefragt und es wird nachgeguckt, ob ein bestimmtes Bit gesetzt worden ist. Das heißt, es ist eine bestimmte Münze eingeworfen worden und dann wird diese Funktion Eingabe, die wir gleich schreiben werden, aufgerufen und die bekommt eben die beiden Parameter übergeben. Einmal den Münzschacht und dann einmal den Wert der Münze, der in diesem Münzschacht liegt. Okay, gehen wir mal runter und dort unten haben wir Platz, um die letztendlich diese Funktion zu definieren. Das heißt, also wir definieren die Funktion Eingabe, gibt nichts zurück, daher ein Void. Die Funktion heißt Eingabe und bekommen zwei Parameter übergeben. Das ist einmal der Schacht, kleinem C, einmal der Schacht und dann der Wert der Münze. Okay, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, damit wir ein wenig Platz haben. So, zunächst einmal soll der Betrag, der bereits eingegeben worden ist, um den Wert erhöht werden. Das heißt, einmal Betrag plus gleich Wert bedeutet das gleiche wie Betrag ist gleich Wert plus Betrag. und dieser neue Wert, dieser neue Betrag soll direkt ausgegeben werden. Das heißt, wir können hier direkt an printf schreiben, printf und dann in den vorherigen Beiträgen auch Betrag, dann %d und das Ganze in Cent und dann in den Leerzeilen und das war es dann schon. In diesem printf können wir letztendlich auch den neuen Betrag berechnen. Das heißt, im ersten Schritt wird nun nächst einmal gesagt, okay, ein bestimmter Wert ist, Münzwert ist eingegeben worden, eingeworfen worden und der Gesamtbetrag wird letztendlich um diesen Münzwert einfach erhöht. So, die Klammer muss natürlich dahin. Okay, im zweiten Schritt müssen wir jetzt noch den entsprechenden Port zurücksetzen. Das ist ein wenig komplizierter, deswegen gehe ich nochmal zurück und machen uns am besten mal eine Tabelle und gucken uns einfach mal an, welche Münzen oder welche Schächte wir überhaupt haben, beziehungsweise welche Informationen wir in den Port 1 gesetzt kriegen. Das sind einmal 1, 2, 4, 8, 16, 2, 30, 64, 128. Das sieht so aus, dass letztendlich immer nur ein Bit in den Port gesetzt wird, beziehungsweise von uns abgefragt wird und dieses Bit sehen wir dann im Prinzip in einem Byte. Ich mache das mal hier an diesem Beispiel. Das heißt, wenn das letzte Bit gesetzt worden ist, dann bleiben die anderen Bits gleich null und nur dieses eine Bit ist gesetzt. was wir dann haben möchten, wir möchten genau dieses eine Bit dann zurücksetzen und das haben wir bereits in einer der letzten Folgen schon gemacht. Das heißt, wir sagen p1 und dann ungleich und dann mit 0xfe, das heißt fe Hexadezimal. Das heißt, alle Bits sind gleich 1 gesetzt, nur dieses eine Bit ist gleich 0 gesetzt. Und so setzen wir genau dieses eine Bit des Ports wieder zurück. Das gleiche auch für den zweiten Port, vierten Port, achten, äh, zweiten Port, dritten Port, vierten Port und so weiter. Das sieht beim zweiten Port dann zum Beispiel so aus, dass wir nur dieses zweite, zweitletzte Bit auf 0 setzen. Das heißt, da wollen wir setzen p1 und gleich 0xfd. für fd, f bedeutet hier mal 4 mal die 1 und d ist letztendlich die Hexadezimale Schreibweise für 1, 1, 0, 1. Das heißt, wir brauchen im Prinzip die Information, welches Bit gesetzt worden ist und müssen aus dieser Information letztendlich diese Bit-Folge berechnen. Und was man hier schön sieht ist, wenn wir uns die Bits mal angucken, die gesetzt worden sind in dem Port, dann ist letztendlich, ähm, das was wir letztendlich berechnen müssen, genau die Differenz zwischen alles 1 und dem Wert, den wir hier haben. Also zum Beispiel hier in dem oberen Beispiel, alles 1 minus 1 ergibt genau diesen Wert. Also 4 mal die 1, 3 mal die 1 und dann die 0. Alles 1 minus diesem Wert ergibt letztendlich das, was wir hier haben wollen, mit der 0 hier an dem zweitletzten Bit gesetzt. Und alles 1 minus diesem Wert ergibt letztendlich alles 1 und nur dieses drittletzte Bit ist auf 0 gesetzt. Das heißt, wir können in der Funktion unseren Wert, den wir brauchen, um den Port zurückzusetzen, so berechnen, indem wir hingehen, wir nehmen den Schacht und rechnen dann 0xff minus die Information, die hier im Schacht steht. Das heißt, für unseren Port P1 ungleich und dann 0xff minus Schacht. Das können wir entsprechend dann für alle Werte dort eingeben, unabhängig davon, welche Münze denn eingeworfen worden ist. Das heißt, das ist letztendlich die Information, die wir in unserem Programm verwenden müssen. Machen wir das direkt mal, gehen mal direkt wieder in die Programmierumgebung und geben hier mal ein P1 ungleich. Und dann haben wir gesagt 0xff minus, da fehlt ein 0, minus Schacht. Und dann haben wir letztendlich den Wert hier ausgerechnet, mit dem wir P1 verknüpfen wollen. Ich nehme mal ein Leerzeichen rein, dann sieht man schön, wie das zusammengehört. So, wenn ich jetzt noch kompiliere, dann stoßen wir noch auf ein Problem. Und zwar sagt der Compiler Betrag Identifier, bedeutet erkennt hier in dieser Funktion den Betrag nicht. Und das liegt daran, weil wir Betrag hier oben noch als lokale Variable in Main definiert haben. Das heißt, wir machen hier mal, um jetzt die Sache so weit abzukürzen, aus diesem Betrag eine globale Variable, sodass wir auch aus beiden Funktionen, also sowohl aus der Main-Funktion als auch aus der Eingabe-Funktion, auf diese Variable zugreifen können. Kompilieren die ganze Sache mal. Okay, das hat er gemacht. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Das heißt, wir laden das Programm mal auf den Emulator. Und dann werden wir mal sehen, was da passiert. Starten das Programm. Sagt ihr, los geht's. Schreibt den Port auf 0. Und wir geben mal ein Cent-Stück ein. Und drücken auf Return. Okay, Betrag 1 Cent gibt er aus. Dann geben wir mal ein Euro-Stück ein. Auch das funktioniert. 50 Cent. Okay, das funktioniert soweit. Okay.